gute neuigkeiten zu später stunde für die jailbreak community freunde ja es gibt einen neuen jailbreak und zwar für die alleraktuellste version von ios 12 12.4 also für die letzte version die es von ios 12 gibt ich zeige es euch noch mal dass ich die hier installiert habe gibt es jetzt einen jailbreak und zwar ein update vom uncover jailbreak hier seht ihr es ich habe 12.4 installierte auf meinem iphone 6 und jetzt zeige ich euch wie ihr hier ganz ganz einfach den jailbreak installieren könnt und das ganze funktioniert völlig ohne computer alles direkt auf dem handy wir brauchen zwei dinge dafür wir brauchen einmal hier diese trickbox app und die installieren wir als allererstes dafür geht ihr einfach in den safari browser rein gibt oben in die zeile trickbox app.com ein und geht dann auf install now und dann wird das ganze installiert aber damit die trickbox app dann auch läuft müsst ihr noch mal in die einstellungen reingehen unter allgemein und dann runter scrollen zu profile und geräte verwaltung dort findet ihr dann das profil trickbox app dort einmal draufklicken dann auf vertrauen klicken dass das alles funktioniert und könnt ihr noch mal zurückgehen und dann die trickbox app hier einmal öffnen wenn das passiert ist geht ihr hier oben in den punkt apps einmal rein und dann gehen wir in den punkt moment da kommt gleich werbung glaube ich oder es geht manchmal kommt werbung einfach weg klicken dann gehen wir in den punkt trickbox apps einmal rein und scrollen ganz nach unten denn dort finden wir den uncover jailbreak die neueste version da haben wir sie schon das ist hier die version 3.5 punkt 0 aktuell einmal draufklicken und auf installieren gehen und dann wird hier der uncover jailbreak einmal runtergeladen da unten ist schon das app icon da könnt ihr das noch nicht öffnen freunde wir müssen erst noch mal zurück in die einstellungen gehen noch mal unter wie ganz eben auch unter einstellungen allgemein runter scrollen profile und geräte verwaltung dann findet ihr hier noch ein zusätzliches profil bei mir ist es das hier auch da gehe ich dann drauf und sagt dann hier ja dem ganzen vertrauen ihr seht schon das ist für den uncover jailbreak da kann man sehen das kann durchaus variieren dass bei euch hier später was anderes steht aber aktuell ist es eben das profil also dem auch vertrauen dann geht ihr in den uncover jailbreak rein öffnet die app und drückt auf jailbreak also bei mir steht jailbreak weil ich habe es ja schon gemacht aber bei euch steht dann hier nur jailbreak und dann läuft das ganze durch und zwar 31 schritte werden durchlaufen und das kann dauern hier ist jetzt der punkt da muss man etwas durchhalten ich habe hier etwa zehn mal das ganze machen müssen bis es dann funktioniert hat denn euer gerät wird immer wieder rebooten rebooten und dann geht es mal immer ein stückchen weiter ein stückchen weiter rebooten bis das ganze dann irgendwann geschafft ist also dann müsst ihr bitte ein klein wenig durchhaltevermögen dann mitbringen wie gesagt ich habe so zehn versuche gebraucht dann habe ich diese schöne mitteilung hier bekommen jailbreak completed und da kann man es eben sehen dass alles hier funktioniert hat und eigentlich dann hat der finale jailbreak nur 88 sekunden gedauert aber wie gesagt zehn mal habe ich das ganze wieder anstoßen müssen also da einfach durchhalten freunde und dann ist der jailbreak geglückt und wir haben hier unten den sydia store drauf und ich kann da auch schon direkt reingehen und mir hier mit ganzen tweaks und veränderungen und alles jetzt hier wunderbar runterladen also schöne sache vor allem finde ich das toll dass das für die finale version hier noch rausgekommen ist von den uncover leuten damit hätte ich gar nicht gerechnet und das hier funktioniert ab dem iphone 5s aufwärts jawohl also schöne sache 5s iphone 6 6s 7 8 und so weiter und so fort und bei dem jailbreak hier handelt es sich soweit ich das weiß um einen tethered jailbreak das heißt wenn ihr euer gerät ausschaltet oder der akku leer ist dann ist er erstmal wieder weg und ihr müsst ihr diesen ganzen prozess jailbreak 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 nochmal wiederholen damit dann wieder alles aktiviert wird also eine wunderbare sache gute neuigkeiten hier vom uncover jailbreak team da haben die echt gute arbeit geleistet da kann man sich freuen also freunde wenn ihr wollt auf 12.4 gehen jailbreak und spaß haben wenn ihr wissen wollte was man alles so machen kann schaut einfach mal hier unten in meine verlinkte playlist rein dort könnt ihr sehen was man da alles so anstellen kann mit so einem jailbreak so ich hoffe das war für euch hilfreich und bei euch klappt dann genauso gut wie bei mir vielleicht auch schon nach acht versuchen statt nach zehn und dann können wir alle hier noch mal ein bisschen mit dem jailbreak rum spielen ich bedanke mich fürs zusehen freunde und sage tschüss und bis zum nächsten mal euer mir apple cat macht's gut bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal